Was macht der? Der lässt es auch nach oben schweben? Können wir nach oben laufen? Achso, das Ding muss unten sein, oder was? Ähm, ja, ist doch ganz einfach. Ach, jetzt ist es auch oben. Ja, dann muss man doch das einfach hier ausmachen. Erst da anmachen. Achso, ist das gebracht? Äh, okay. Ah, ja, wir haben es richtig gemacht, auf jeden Fall. Ey. Sag mal, kannst du nicht mehr springen, Limbo, hier? Schwache Knochen bekommen. Kleiner Kletterkünstler hier. So. Haben wir es doch gepackt. Was ist das denn? Okay, ich glaube, wir sollten anders. Okay, ich weiß was. Tschüss. Tschüss. Das ist aber eine coole Idee. Bleibt da. Bleibt da. Ja. Geronimo. Oh. Ja, Leute. Hier ist das Ende von Limbo. Nein, Scherz, natürlich nicht. Ich sollte auch abspringen. Juhu. Oh je. Oh je. Ich bin tot, oder? Ja. Äh. Oh. Nein. Okay, wir müssen da so Dinge erwischen. Wow. Wow. Nein. Das hat weh. Aua. Okay, wir haben es gepackt. Nein, ich bin zu früh. Kommt wieder der Pro-Like von Lukas. Ui. Springen. So. Nein. Das mach ich. Hat jemand einen Death-Counter eingebaut, oder was? Sag mal. Ich hasse Elektro. Ich hasse es. Oh je. Das ist, das ist, das war knapp. Springen. Ja. Und jetzt runterlassen. Ganz vorsichtig. Kann man das irgendwie schwingen? Naja. Und jetzt hier runter. Yay, wir haben es gepackt. Wuhu. The new world record goes to... So viel. Oh. Doch nicht. It goes to... Limbo. Ey. Ich hab doch... Ich hab B gedrückt. Oder was? Ja, B. Ich kenn mich noch nicht so gut an mit dem Xbox-Centroller aus. Wow. Ich hab eben gedacht, dieser Kasten da, der... legt uns. Äh. Das... Es geht auf... Ah. Aua. Warum geht das auf einmal auf Zeit und die anderen Dinger gingen nicht auf Zeit? Wollt ihr mich verarschen? Nein. Jetzt rede ich. Wupp. Wupp. Oh je. Wupp. Wow, das ist doch knapp jetzt. Wow. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Knapp halt, hoch 3. Gepackt. Und mein Hund bellt, das hört ihr wahrscheinlich ziemlich gut in der Aufnahme. Mein Hund fängt einfach mal an zu bellen, ja das kann passieren, denn das ist ein Mädchen und ihr wisst ja, Mädchen sind sehr, sehr lärmfreudig und ja also, nichts gegen Mädchen, aber es ist einfach so, tut mir leid. Wir müssen ja irgendwie drunter durchkommen, irgendwie, plapp plapp. Ja, aber wie? Ach so. Ich weiß wie. Fail. Ja. So ist richtig. Und jetzt runter. Und jetzt. Rateraterateraterater. Hat Fleisch. Ach. Jetzt komm. Komm schon, das ist das. Ach so, weil mein Bein ab ist, bin ich tot. Dankeschön. Ich hätte zwar noch mit einem Bein laufen können. Aber egal. Oh je. Nein. Ekelhaft. Nein. Nein, ich brauche mehr Schwung. Mist. Äh, Wand. Wir gleiten durch. Alles klar. Schön. Sieht irgendwie schön aus. Sieht irgendwie sehr schön aus. Ach, das war Klaas. Oder wie? Was ist mit Limbo? Ist er tot? Hallo? Sieht auf jeden Fall sehr harmonisch aus. Aber auch traurig. Oh je. Hoffentlich hat er das überlebt. Ich mag ihn. All das, was wir mit ihm durchgestanden haben. Die ganzen Rätsel. Limbo. Moment mal. Sieht aus wie der Anfang jetzt. Oder? Er hebt den Arm hoch. Nein, er sinkt ihn. Sieht jetzt aus wirklich wie der Anfang. Müssen wir irgendwas drücken? Nee. Geht nicht. Ist es das Ende? Hallo? Es geht nicht. Hm. Seine Augen. Seht ihr das? Seine Augen. Er steht auf. Komm, ich helfe dir irgendwo. Alles okay? Lebst du wieder? Ja. Er kann sogar springen. Was ist hier? Wasser. Das ist der Anfang. Wir hatten doch... Am Anfang hatten wir doch hier auch Wasser, oder? Hm. Spektakulär. Ein geiler Fall für Magalineo Mystery. Okay, was ist hier los? Ich will es jetzt wirklich wissen. Ist jetzt wieder die Spiele da? Haben wir jetzt einfach das Spiel durchgespielt? Und jetzt fangen wir es wieder von vorne an? Ich hoffe es mal nicht. Ich will es nämlich nicht doppelt jetzt playen. Wer ist das? Das Mädchen von... Von... Von letztes Mal da. Wir können nicht laufen. Wer ist das? So, das macht er jetzt von alleine. Ich mache überhaupt nichts. Wer ist sie? Werden wir es hier erfahren? Sie ist aufgeschreckt. Ja. Das nenne ich mein offenes Ende. Aber vielleicht soll das auch direkt das... Ja, vielleicht soll das Limbo auch vermitteln. Man soll nicht alles wissen. Was hat der Junge in dem Wald getan? Wollte er seine... Schwester? Freundin? Mutter? Ich denke mal eine Schwester ist das. Holen? Retten? Warum waren die in dem Wald? Und ist es der Baumstatt im Hintergrund, wo die eben waren? Und der ist einfach total verrottet? Hm. Fragen über Fragen. Jedenfalls haben wir es jetzt durchgespielt. Beziehungsweise ich habe es durchgespielt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und das nächste Let's Play. Was wird es sein? Also neben Let's Play, Hauptlet's Play. Limbo war eigentlich ein Hauptlet's Play für mich. Ähm, wird es sein. Ähm, wird es sein. Wird es sein. Ähm, sind wir im Menü. Ehre, WMR gebührt. Genau, das... Den Satz habe ich gesucht eben. Eben, ja. Also. Nächste Let's Play wird es sein. Ähm, entweder... Let's Lovers. Also dieses mit dem Ding da. Äh, Schneidegerät oder... Oder was war noch... Was hatte ich denn gesagt, was ich jetzt playen will? Äh, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich denke mal, Let's Lovers wird auch nicht so ein langes Let's Play sein. Ist ja auch ein Indie-Spiel. Naja, jedenfalls erstmal zu Limbo. War ein sehr grandioses Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr spannend. Ähm, ich hab's jetzt auch ziemlich schnell durchgezogen, weil... Es einfach... Geil war. Manche Rätsel waren ziemlich schwer, wie das vorhin. Mit diesen Kisten, den zwei da. Und dann nochmal mit zwei Kisten und so. Naja. Jedenfalls, ich hoffe, die, die mir zugeguckt haben. Die wenigen. Die allerwenigen. Die winzigen. Ganz wenigen. Die hat's gefallen. Und, ähm... Ja. Die Neuen, die das Video sehen, lasst doch mal ein Abo da. Dann freuen wir uns ganz gewaltig. Und hauen uns auf den Popo. Nein, tun wir nicht. Aber wir freuen uns. Ähm. Und, ähm... Ja, unterstützt uns doch einfach mal. So. Wann nehme ich das auf? Ich weiß es gar nicht, wann ich das aufnehme. Es ist jedenfalls Dienstag. Dienstag. Und, äh... Gestern hatten wir den... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube... Also jedenfalls haben wir Dienstag und am Sonntag wird die Adventure Map veröffentlicht. Ja. So. Äh... Ich renne jetzt gleich, äh... Das Ding hier. Das ganze Ding. Und dann wird auch heute, denke ich mal, schon ein Part hochgeladen. Oder? Ein Borderlands-Part. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Tschüss. Adios. Bis zum nächsten Display mit mir. Und, äh... Tschüss. Tschüss. Tschüss.